Pure Gesundheit. Nur so geht das Leben. Mit viel Freude und sehr guten Ansichten. Ich liebe die Achtsamkeit und das gute Essen. Ich liebe die Diversität und das gute Leben. Ich liebe Essen. Ich meine es tatsächlich mit mir gut. Ich versuche jeden Tag glücklich zu sein und ich versuche jeden Tag neue Ansichten zu kommen. Und neben dem Essen liebe ich auch Wolfsburg. Es wird Zeit in die Natur zu gehen. So, guten Morgen Wolfsburg und schönen Sonntag für uns alle. Positiv denken, das hilft.